Ursprünglich wollte Jane Reed nur ihren Garten mit einem Weinstock verschönern. Wir haben ihn hier eingesetzt, er war nur so hoch und spindeldürr. Aber bald haben die Reben das ganze Haus erobert. Als die Nachbarn im Londoner Stadtteil Tooting sich beschwerten und Jane Reed nicht mehr wusste, wohin mit den jährlich hunderten Kilo Trauben, da hat sie sich entschlossen, ihren eigenen Wein herzustellen. Es macht Spaß. Wir finden es sehr originell, unseren eigenen Wein aus einem Großstadtdschungel wie Tooting zu trinken. Nach vier, fünf Jahren finde ich das immer noch ziemlich bizarr. Alle Trauben aus der Nachbarschaft ergeben einen herben Rosé-Wein. Jeder Hobby-Weinbauer bekommt seine sechs persönlichen Exemplare des Chateau Tooting. Hier ist der 2009er Jahrgang und hier der 2010er. Aus anderthalb Tonnen Trauben sind im vergangenen Jahr 1300 Flaschen Wein gekeltert worden. Ein Teil davon geht an Londoner Kneipen. Weinhandlungen verkaufen den urbanen Tropfen für etwa 12 Euro die Flasche. Es ist die Kombination aus Qualität, die ist gut genug, und der Geschichte, die dahinter steht. Der Wein ist ein Gemeinschaftswerk und er stammt aus London. Das macht ihn einzigartig. Geld verdienen lässt sich mit dem besonderen Rebensaft nicht. Die Genossenschaft arbeitet gerade einmal kostendeckend. Dennoch sind die Londoner Weinbauern stolz auf ihre Kunst. Viele dachten am Anfang, das sei ein Witz. Ja, es macht Spaß und wir nehmen das nicht allzu ernst. Aber wir haben einiges erreicht. Wir machen unseren eigenen Wein. Den Leuten gefällt es und sie sind stolz darauf, weil er aus ihrer eigenen Nachbarschaft stammt. Und wie schmeckt der Großstadtwein? Trocken, nicht allzu fruchtig, besonders geeignet für laue Sommerabende. Die Normöse Glocken Laatmen Untertitelung des ZDF für funk, 2017